Mein Name ist Hauke Wahl, ich bin 29 Jahre alt, Innenverteidiger. Ich denke, dass ich ein ganz gutes Aufbauspiel habe. Nicht viele wissen das, aber ich kann auch gut verteidigen. Ich übernehme gerne Verantwortung. Das sind die drei Dinge, die mich stärken. Ich habe in Kiel angefangen, bin dann in die zweite Liga nach Paderborn gewechselt. War dann zwei Jahre in Ingolstadt, wovon ein halbes Jahr eine Laie nach Heidenheim war. Und bin dann zurück nach Kiel und war dort die letzten fünf Jahre. Ich würde sagen, dass ich ein offener Typ bin, ein positiver Typ, mit dem man auch mal einen Spaß machen kann, der auch mal gerne über sich selber lacht. Ich glaube, offen und kommunikativ sind so die wichtigsten Punkte. Unser Pauli war schon immer ein Verein, den ich verfolgt habe. Als gewürdiger Hamburger ist das ja klar. Aber natürlich die Gespräche mit den Verantwortlichen, ob das mit Andreas Bornemann oder Fabian Hürzeler waren, die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt, die Qualität der Mannschaft. Das sind einfach Dinge, die mich einfach überzeugt haben. Und deswegen sitze ich heute hier. Vielen Dank. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017